Bruce Lon Campbell ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent und Schriftsteller. Bekannt wurde er durch die Hauptrolle in der Horror-Reihe Tanz der Teufel, Biografie. Campbell hat schottische Wurzeln. In seiner Jugend interessierte sich Campbell sehr für Kino und drehte mit seinen Freunden einige Super-8-Filme. Mit der Zeit wuchs ihr Budget und Bruce und seine Freunde feierten in ihrem Umfeld bescheidene Erfolge. Mit Evil Dead, der ursprünglich Adibokov Adedet heißen sollte, gelang ihnen 1981 der Durchbruch. Zwischen 2007 und 2013 war Campbell in der Fernsehserie Burn Notice und im zugehörigen Fernsehfilm The Fall of Sam X in einer Hauptrolle als Sam X zu sehen. Für die 2015 geplante Serien-Adaption von Tanz der Teufel mit dem Titel A.S.H.V.S. Evil Dead beim Kabelsender Starts steht Campbell erneut als A.S.H. vor der Kamera. Campbell gilt als eine der Ikonen des B-Movie und sieht das spaßig. So veralberte er sich in seiner Regiearbeit. Mein Name ist Bruce selbst. Momentan lebt Campbell mit seiner Frau Ida Gieren, die er 1991 geheiratet hat, in Gaxonville, Oregon. Mit seiner vorherigen Frau Christine Devo, die er 1983 geheiratet hat und von der er sich 1989 scheiden ließ, hat Campbell zwei Kinder, Filmografie, Schauspieler 1977, It's Murder, 1978, We're in the Woods, 1981, Tanz der Teufel, 1983, Going Bug, 1985, Die Killer Akademie, 1987, Tanz der Teufel 2. Jetzt wird noch mehr getanzt, 1988, Maniac Cop, 1989, Blood Knight, 1989, Moontrap, 1989, Sundown, der Rückzug der Vampire, 1990, Brain Slasher, 1990, Maniac Cop 2, 1990, Darkman, 1991, Lunatics, Duell der Albträume, 1992, Spaceshift, 1992, Armee der Finsternis, 1993, Die Abenteuer des Brisco County J.R., 1994, Hatzoka, der Große Sprung, 1995, The Demolitionist, 1995, Kongo, 1995 zu 1999, Hekulis, 1996, Tornado, 1996, Fargo, 1996, Flucht aus L.A., 1996, Superman, Die Abenteuer von Loise und Clark, 1996 zu 1999, Xena, Die Kriegerprinzessin, 1997, Dome 4, 1997, 1997, MC Hals Navy, 1997, Bankraub, Die Spur führt in den Tod, 1997, Ein toller Käfer kehrt zurück, 1997, Running Time, 1998, Goldrausch, 1999, Akte X, Die unheimlichen Fälle des FBI, 1999, 1999, Vom Desktildon 2, Texas Blood Money, 2000, Der Eisbrecher, 2001, The Majestic, 2002, Charmzauberhafte Hexen, 2002, Terminal Invasion, 2002, Time Equest, 2002, Bobaho T.E.P., 2002, Spider-Man, 2002, Man Umstände halber abzugeben oder Scheidung ist süß, 2004, Spider-Man 2, 2005, The Woods, 2005, Alien Apocalypse, 2005, Man With A Screaming Brain, 2005, Sky High, Diese High School hebt ab, 2006, Lukas der Ameisenschreck, 2006, The Woods, 2007, Spider-Man 3, 2007, Mein Name ist Bruce, 2007 zu 2013, Burn Notice, 2009, Wolke ich mit Aussicht auf Fleischbächen, 2011, Burn Notice, The Fall of Sam X, 2013, Die Fantastische Welt von OZ, 2013, Evil Dead, 2014, Psych, 2014, The Quest die Serie, 2015, Fargo, seit 2015, ASHVS, Evil Dead, Er spielte außerdem kleinere Rollen in der Fernsehserie Elend sowie die Hauptrolle in der Serie Jakov All Traits, Produzent 2013, Evil Dead, Deutsche Synchro, Bruce Campbell wurde im Deutschen von Joachim Tenstedt, Eckehardt Bälle, Christian Tramitz, Ronald Nitschke und seit 2007 in der Fernsehserie Burn Notice durch Stefan Friedrich synchronisiert.